Hallo, mein Name ist Marvin. Was ich während der Quarantäne an Zeitvertreib tue, ist den Rasen mähen. Ich habe zum Glück hier einen Garten, wo ich ein bisschen Rasen mähen kann, wo ich ein bisschen Gartenarbeit tun kann. Und ja, hier habe ich so meine kleine Sammlung. Wenn man Kinder im Haus hat, kann man so ein bisschen für warm für meine Neffen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt weiter Rasen mähen. Bis bald. Viel Spaß noch.